Daina! Schließlich haben sie ihn ja gebaut. Wovon reden Sie da? Naja, deshalb brachten wir Sie her. Um Marker für uns zu bauen. Um die glorreiche Konvergenz auf die ganze Galaxis auszuweiten. Ihr seid echt unglaublich! Geben Sie mir das Heilmittel und lassen Sie mich gehen! Oh, wir wollen Sie nicht heilen, Isaac. Wir brauchen Ihr kostbares Köpfchen genauso wie es jetzt ist. Würden Sie Isaac jetzt zum Shuttle bringen und ihn in Staso versetzen? Er darf auf keinen Fall sterben. Erzähl. 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 Das war's. Das war's für heute. Ah! Bis zum nächsten Mal.